Große Alkoholhersteller an der Börse kennen wir alle. Louis Vuitton, Moet, Hennessy, Pernod Ricard oder auch Diageo aus Großbritannien. Doch auch wir in Deutschland können Alkohol, wir in Deutschland können Getränke. Und das sogar an der Börse. Wir gucken heute, wie man mit Getränken ordentliche Renditen einfahren kann und schauen nämlich auf die Behrenzen-Aktie. Vorher der Hinweis, gerne jetzt direkt abonnieren und die Glocke betätigen. Dann verpasst ihr keine Börsenbrudi-Videos mehr. Mindestens drei Videos gibt es hier pro Woche. Und das Ganze hier ist keine Anlageberatung. Videos dienen nur der Unterhaltung. Jeder muss seine eigenen Anlageentscheidungen treffen. Ja, Alkohol, Wasser, generell viele Getränke aus Deutschland. Das bietet ein Konzern an, nämlich die Behrenzen-Gruppe. Der eine oder andere kennt vielleicht das Getränk Behrenzen. Doch dass dahinter noch viel, viel mehr steckt, das beweist eben die Behrenzen-Gruppe mit dem Motto Durst aufs Leben. Und dementsprechend gucken wir uns doch jetzt mal, bevor wir in die Aktie selber reingehen, einmal an, was das Produktportfolio von der Behrenzen-Gruppe so bietet. Und da sehen wir, es gibt Spirituosen, alkoholfreie Getränke und sogenannte Frischsaftsysteme. Drei, ja, Geschäftsbereiche der Behrenzen-Gruppe. Und wir gehen das doch einfach mal durch. Wir fangen an mit den Spirituosen. Und da sehen wir natürlich ganz vorne, Marktführer für fruchtige Spirituosen ist Behrenzen. Behrenzen, ja, in fast jedem Supermarkt vertreten, bei Amazon vertreten, überall bekommt man Behrenzen und ein, ja, klassisches Partygetränk. Pushkin-Wodka gehört ebenfalls mit dazu. Das sind auch die zwei ganz bekannten Marken im alkoholischen Bereich. Dann macht man aber auch zum Beispiel für Supermärkte Abfüllungen, wo nicht der eigene Name draufsteht, sondern das ist dann zum Beispiel der Lidl-Gin oder Aldi-Gin, also sogenannte White-Label-Produkte, da ist man dabei. Und man stellt auch zum Beispiel Mio Mio her oder Kräuterbraut, verschiedene Getränke, verschiedene Wassersorten. Ihr seht es hier, wie Vares Sport kennt vielleicht der eine oder andere. Und man füllt auch seit über 50 Jahren für Sinalco ab. Und da hat man ebenfalls Erfahrungen. Auch bei den Frisch-Saft-Systemen ist man mit dabei. Was das genau ist, schauen wir uns nachher nochmal an. Auf jeden Fall drei spannende Bereiche. Doch, wenn man sich den Börsenkurs so anschaut, da sehen wir, vor Corona waren wir bei ungefähr 7,60 Euro, 7,70 Euro. Und jetzt sind wir doch nochmal ordentlich nach unten gekommen. Aber das könnte sich jetzt vor allem für Dividendeninvestoren richtig rechnen, Ob das, ja, lohnenswert ist oder nicht und unter welchen Bedingungen man hier investieren sollte, das gucken wir uns jetzt genauer an. Und zwar mit dem Zwischenbericht Q3. Der ist nämlich ganz frisch rausgekommen, Mitte November. Und da schauen wir jetzt mal in die wichtigsten Kennzahlen rein. Und wir werden erkennen, Behrenzen hat hier richtig fette Steigerungen in allen Bereichen, wenn man das mit dem Q3 des letzten Jahres vergleicht. Gucken wir mal drauf. Insgesamt beim Konzern Umsatzerlös ohne Alkoholsteuer plus 20,1%. Wie setzt sich das zusammen? Das Segment Spirituosen. Ihr seht es hier, 73 Millionen hat man hier an Umsatz gemacht. Und das Ganze plus 12,4% zum Vorjahresquartal. Dann Bereich Alkoholfreie Getränke. Hier geht es noch steiler nach oben. Plus 25,4% zum letzten Jahr. Die Leute kaufen ordentlich Mio Mio und irgendwelche Wassersorten, Sportgetränke und so weiter ein. Segment Frischsaftsysteme plus 28,1%. Hier profitiert man vor allem von der Öffnung bei Hotels und so weiter. Und wir sehen hier beim Konzern EBIT ein ordentliches Plus. Das ist wirklich interessant. Denn am Ende natürlich je mehr Gewinn, desto mehr Dividende gehen wir später drauf ein. Gehen wir die einzelnen Bereiche mal durch. Bei den Spirituosen Behrenzen plus 24%, Pushkin plus 14,4%. Also dass man sogar bei so einem, ich nenne es mal doch eher unbekannten Wodka, man kennt ihn wahrscheinlich eher von der Tankstelle, ohne das Böse zu meinen, dass man hier sogar 14,4% zulegen kann. Wie gesagt, bei Behrenzen 24% ist natürlich dem geschuldet, dass viele Feiern dieses Jahr nachgeholt worden sind. Aber man sieht sowohl im Inland als auch im Ausland, bei den Handelsmarken überall ein nettes Plus im Gegensatz zum letzten Jahr. Man ist hier wirklich auf Wachstumskurs. Ja, noch besser sieht es hier bei den alkoholfreien Getränken aus. Und hier zum Beispiel Mio Mio, ein Getränk, ich würde sagen, was überwiegend in Cafés und Restaurants dann verkauft wird. Aber vielleicht irre ich mich da auch und es wird mehr über Supermärkte verkauft. Aber auf jeden Fall ein Trendgetränk hier plus 23,1%. Kräuterbraut, da läuft es deutlich schlechter, aber auch auf einem sehr niedrigen Niveau. Generell das ganze Geschäft mit Wasser und so weiter überall teilweise zweistellige Zuwächse zum Vorjahr. Und auch bei den Frischsaftsystemen hier noch deutlich mehr. Plus 35% bei den Fruchtpressen, plus 12,7% bei Früchten und Apfelgebinde, plus 48%. Ja, was ist das überhaupt für ein Segment? Man hat hier zum Beispiel für Buffets in Hotels sogenannte Fruchtpressen. Also oben schüttelt man Orangen rein und dann kommt eben unten der frische Saft raus. Aber man hat eben auch Früchte, die man direkt verkauft und Apfelgebinde. Und hier konnte man ordentlich profitieren. Insgesamt, wie gesagt, 28,1% Wachstum von 10,85 Millionen auf fast 14 Millionen ging es hier hoch. Hat man mal eben 3 Millionen mehr gemacht als im Vorjahr. Das eben vor allem, weil natürlich in den Hotels wahrscheinlich und in den Einrichtungen, wo diese Systeme stehen, da deutlich mehr ja dann auch verbraucht wurde. Insgesamt muss man sagen, ist man hier vor allem in Deutschland und Österreich vertreten. Und das Geschäft läuft richtig, richtig gut jetzt, wo die Pandemie abebbt. Dann, und das ist wirklich interessant, hat man auch eine türkische Konzerngesellschaft. Denn es gibt ja viele All-Inclusive-Hotels in der Türkei. Und hier, ja, macht man für diese All-Inclusive-Hotels die Spirituosen. Und wir sehen das hier. Ein Wachstum sagenhaft von 1,34 Millionen auf 4,14 Millionen. Über 100% Wachstum deutlich drüber. Und das ist wirklich Wahnsinn, was hier abgeht. Aber das Tourismusgeschäft hat natürlich in diesem Jahr auch wirklich zugenommen. Und wenn viel in All-Inclusive-Hotels getrunken wird in der Türkei, dann profitiert ihr mit der Behrenzen-Aktie. Ja, wusste sonst oder wissen wahrscheinlich viele von euch nicht. Dementsprechend echt ein spannender Fakt. Und das sieht wirklich gut aus von den Zahlen im Vergleich zum letzten Jahr. Gucken wir auf die Finanzlage. Da sehen wir langfristige Vermögenswerte. Vermögenswerte 43,8%. Kurzfristig natürlich generell in dem Geschäft hat man viele kurzfristige Vermögenswerte. Und wenn wir auf die Passiva-Seite schauen, dann sehen wir, dass wir hier 38,6% Eigenkapital haben. Langfristige Schulden relativ wenig. Wir sprechen hier von 10 Millionen ungefähr. 7,9% macht es insgesamt aus. Aber ihr seht kurzfristige Schulden. 53,5%. Und jetzt wird der eine oder andere denken, um Gottes Willen, wie will man diese 69,3 Millionen denn jetzt bald abbezahlen? Kurzfristige Schulden müssen ja in Kürze zurückgeführt werden. Wie soll das denn klappen bei den Erträgen? Aber das Ganze ist ziemlich einfach zu erklären. Wird nämlich im Behrenzen-Bericht auch gut erklärt. Da springen wir jetzt als nächstes mal rein. Denn Schulden ist in dem Fall zum Beispiel auch, was man eben dem Staat schuldet. Und wir sehen hier, die Verbindlichkeiten aus Alkoholsteuern beliefen sich auf 30,8 Millionen. Im Vorjahr 36,4 Millionen. Die Wertminderung und so weiter und so fort will ich jetzt gar nicht alles vorlesen. Aber zum Beispiel, wie gesagt, 30,8 Millionen allein von den kurzfristigen Schulden sind Verbindlichkeiten aus Alkoholsteuern, die natürlich abgeführt werden müssen. Also gar nicht so dramatisch, wie man das hier auf den ersten Blick so wahrnimmt. Generell muss man sagen, ist die Bilanz wirklich ordentlich. Man hat hier echt gut dran gearbeitet. Und ich persönlich finde, dass man hier echt einen guten Job bei Behrenzen gemacht hat. Und wie gesagt, man ist in allen Kategorien. Egal ob nicht alkoholisch, alkoholisch oder in diesem Saftbereich, ist man auf Wachstumskurs. Und man schafft es hier zeitversetzt, auch die Preise, die Kostensteigerungen weiterzugeben. So schreibt man im Q3-Bericht. Also das klappt und es wird hier auch noch weitere Kostensteigerungen geben. Man konnte noch nicht überall die Kosten weitergeben. Und das muss man auch beachten. Obwohl noch nicht in allen Bereichen die Kosten weitergegeben werden konnten, die steigenden, hat man trotzdem diesen Rekord hier eingefahren. Wirklich Wahnsinn. Ja, wie macht man denn nun Rendite mit diesen Getränken bzw. mit der Aktie? Denn mit der Aktie läuft es ja in letzter Zeit nicht so gut. Aber wir erinnern uns an den Aktienkurs und gucken jetzt mal auf die Entwicklung der Dividende. Und da sehen wir zu 17, 22 Cent, 2, 18, 28 Cent, 2, 19 Cent. Das wurde natürlich schon dann während der Corona-Pandemie entschieden. Ist ja immer für das Geschäftsjahr. Also 2020 wurde entschieden für 2019 trotzdem eine gleichbleibende Dividende auszubezahlen. Dann 2021 wurde entschieden für das Corona-Jahr Nummer 1, 13 Cent auszubezahlen. Und das obwohl ja es so viele Lockdowns gab. Also man sagt hier nicht, cut, wir zahlen gar nichts mehr. Sondern man hat fast die Hälfte noch ausgezahlt. Konnte das dann jetzt auf 22 Cent steigern. Und jetzt wird es dann im kommenden Jahr eine Entscheidung geben auf der Hauptversammlung für dieses Jahr. Und da wird es sicherlich deutlich nach oben gehen. Und wir werden hier, wenn es so weitergeht, in ein, zwei Jahren sicherlich an die alten Rekorde anknüpfen können. Ja, gucken wir nochmal auf den Aktienkurs. Und da sehen wir, wir sind ungefähr bei 5,50 Euro. Wenn wir da mal gucken von der Dividende her, dann sind wir ganz schnell in einem Bereich von 4,5, 5% Dividendenrendite. Und das jetzt auf dem Niveau. Wenn man dieses Wachstum die nächsten Jahre weiter schafft und hier wieder auch beim Aktienkurs anknüpft, dann ist hier wirklich eine tolle Gesamtrendite drin. Wer nur wegen dem Aktienkurs investiert, ich würde es nicht machen, muss jeder selbst entscheiden. Wer allerdings auf die Dividende aus ist, das ist ja kein Unternehmen, was jedes Jahr die Dividende fest steigert und dafür auch mal ein Minus in Kauf nimmt. Sondern, wenn man Gewinn macht, schüttelt man ungefähr 50% davon aus. Wer aber glaubt, dass man hier weiter gute Geschäfte macht, der ist hier richtig. Ich finde es super spannend. Ich überlege mir einen Einstieg. Wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, gibt es dazu ein Video. Jetzt gerne eure Meinung zur Behrensen-Aktie und zur Behrensen-Gruppe unten in die Kommentare. Ein ganz, ganz kleiner Wert, 53 Millionen an der Börse wert. Aber trotzdem ein spannendes Unternehmen und auch der nicht-alkoholische Bereich, der gibt richtig Vollgas. Macht's gut, bis zum nächsten Video auf eurem Börsenbrudi-YouTube-Kanal.